Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mists of Pandaria World of Warcraft mit meinem Mönch, dem Naruto. Mittlerweile ist er jetzt Level 32, ich habe ihm die Hose schon mal gekauft und zwar einen kleinen Z-Sprung gemacht seit der letzten Folge. Aber ich will nicht weiter darauf eingehen, was da passiert ist oder wieso das hier so ist. So, ich habe hier noch eine aggressive Blume und eine Koffer noch dazu. So, ich habe hier noch ein paar Blume. Vielleicht sind wir über Kompost. Ich muss hier anfangen. Wir müssen nämlich zum süchtlichen Graflung zu einer bestimmten Stelle. Wir klicken uns hier noch eine Request. Wir klicken uns hier noch eine Request. Und dann wählen wir. So, Cognitive Digital. Und dann wählen wir. Das war jetzt der Sommer heute mal ein bisschen so. Ich klappe das auch mit dem Nacken auf vielleicht, oder wir warten erst mal so fünf bis sechs Minuten ab, dass ihr alles so klappt, wie ich mir das vorstellen. Wie lange Preise für uns, wie es aussieht? Nein, wir haben Zeit. Das ist eine sehr große Tragen und der Überbruch wieder durch entstanden ist. Was vorher natürlich nicht hier war, natürlich vorher eine Steppe gewesen. Also alles trocken. Fremde kleine Pflanzen. So wie der Riss hier ist, vom Kataglysum, von der Wurzschwinge. Auf dem sieht es hier so da. Steppe. Also hier sind Steppe. Und hier ein bisschen waldmäßig. So waldmäßig, gröner Wiese mäßig. So. Hier noch die Garte, wo das blau ist. Auch da oben. Unter dem Wert gleich rechts. So. 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 Bestimmt rechts füllen alle hier. Die anderen sollen hier auch mal kommen. gut. Das ist ja schon mit extra Geräften. Das ist ja auch so. Das ist ja auch wieder so. Das ist ja auch schon wieder so. Also hier steht. Das sind andere Spiele. öffnen werde ich das wird mir wieder weggenommen kann man das nochmal machen das ist auch ein Dach, ein Dach, ein Dach, ein Dach, ein Dach, ein Dach. So, jetzt glaube ich, wir können uns langsam mal anmelden ein bisschen ein Ding, oder Donjon, oder wie auch immer. Da kann man bestimmt gleich für die ganzen Fragezeichen auf der Karte ausgutzen. Das ist ein Dach, das ist ein Dach. Wir können langsam kommen, wenn wir rumren sollen. Wir haben die Füße des Perkes, wenn wir da rumreiten können, aber wir nehmen gerne einen Weg. Da ist er. Und ich schicke uns das jetzt nach oben dritten. So, D3, Pferde, Wind, Heiz. Und dann will ich das? Das ist so, wie wir da rumreiten sind. Dann werden wir da rumreiten um das erstmalig, nur noch wir da rumreiten, weil wir da rumreiten sind, ja, so we'll da rumreiten. Das war ein Allianzlager, die sind die Wagen Spione, Agenten, die wir schon versprochen haben. Das ist wieder zurück. Das war ein bisschen untersechtig. Das war ein bisschen beschwerend. 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 Dann hat er mir dasarapekt in dieser Finde. Das war ein bisschen beschwerend. Das war ein bisschen beschwerend. Das war ein bisschen beschwerend, das von der Elemente, der ist einfach ein bisschen곽. Wenn wir das gerne hätten, dann können wir das gerne mit dem ... ... ... ... ... ... ... ... bestimmt zu den ... 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 und genau dahin, dass man vorher durchgeheben ist. So, hier noch die Kässe nehmen. So, jetzt habe ich hier noch einmal wieder abgelehnt. Jetzt habe ich noch einmal abgelehnt. Jetzt habe ich hier noch einmal wieder abgelehnt. Und dann wieder ein Andern, dann würde ich hier ein lassen. Dann muss ich hier dann ein Ding mehr. Und dann kann ich hier auch noch einmal ein mitnehmen. Dann magut und dann? Dann wird es mal ganz gut gesagt. Und dann kann ich hier eine Schuss geben. viele schädel schädeljäger Und eine Panadene. Auch ein Splitterer. Und schon wieder tot. Das geht jetzt. Die Minimolen entgegen die Betreiber. Dann machen wir das jetzt. Ich kann noch 32 Minuten den Dach hier. ich habe Das war's für heute, dass wir in der nächsten Zeit nicht mehr rauskriegen. Das war's für heute. Jetzt haben wir die Lade bekommen, die vielleicht nicht gebrauchen kommt, aber die können wir verkaufen. Jetzt werden wir die Lade, die wir jetzt hier in der Lade vorbeigehen. Wir machen die Lade, die wir jetzt hier in der Lade sehen. Wir machen die Lade, wir machen die Lade. Wir machen die Lade. Dann werden wir hier in der Lade. und 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 Jetzt habe ich den Fehler mit dem letzten Video gehoben. Jetzt können wir die Farbe treiben und jetzt über die Farbe drücken. Jetzt können wir 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 die Farbe drücken. aber das Spiel dann nicht mehr ganz blöden. Ich mache die Endbox. Ich mache die Endbox. Ich mache die Endbox. und 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 So. Jetzt geht es aber. So gehen wir jetzt. So. Äh. Verlass ich nicht wieder. So, jetzt können wir hier noch die Pest annehmen. Und hier können wir noch die Piste geben. So, jetzt können wir hier noch ein Rollenblätter bilden. So, jetzt können wir das nicht auslaufen. So, jetzt kommt es noch nicht so richtig. Dann kommt der noch den Blockpunkt mit. Aber der lässt nicht so. Dann haben wir es noch. So, jetzt kommen wir da hin. Okay. So, jetzt kommen wir da hin. So, jetzt können wir da hin. Jetzt können wir da mal sehen. So, jetzt können wir da hin. Jetzt können wir da hin. Jetzt können wir da hin. So, jetzt können wir jetzt mal einmal sauber. Wie noch? Reiste Kluberklasse? Die dann ist hier. G, ach, schlecht. Mal gucken. Hier. Und M und G dann. Und Z. Das kann ich wieder kommen. Auswerten. 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 So sieht die dann aus. Dann haben wir die Level abgeschaltet. Auswerten. 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 Auswerten.